Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Im letzten Raid habe ich die Flasche rausgekriegt und Quests beendet und jetzt neue Quests angenommen. Ich muss auf Customs. Das freut mich schon ein bisschen. Customs finde ich super. Habe ich sehr viel gespielt. Und ich nehme die AK aus dem letzten Raid wieder mit. Ich habe gegessen, getrunken, habe genug Heilung und alles ist soweit repariert. Und los geht's. Wir sehen uns im Raid. Ich bin sehr positiv überrascht, denn es geht schon los nach anderthalb Minuten Wartezeit. Im Gegensatz zu letzter Woche von 15 Minuten. Heftiger Unterschied. So Spiel, wo schmeißt du uns raus? Ah ja, okay, beim Boot. Gut, ich brauche den Schlüssel. Den Schlüssel aus... Oh, jetzt könnte es wild werden. Den Schlüssel aus Dorms. Wo war dieser verdammte Schlüssel nochmal? In welcher Jacke? In irgendeiner der Jacken. Ich glaube auf meiner Seite, im oberen Geschoss, in einem Raum, zum Hof hingerichtet. Hier wird schon geschossen. Das wundert mich. Spawn jemand so nah an... Ich habe doch den nächsten Spawn an Customs... Äh... Bei der Bank... Bei der Bank... Bei der Bank... Hier drin? Nice. The Machinery Key, genau. Den brauchte ich. Mehr will ich hier eigentlich gar nicht. Deswegen gehen wir auch ganz schnell hier wieder raus. Ich kämpfe hier unglaublich ungern. Und ich hau wieder ab. Danke für den Hinweis, Ru. Das hat jetzt gerade sehr geholfen, dass ich diesen Schlüssel schnell finde. Sollen die sich da gegenseitig bekriegen? Wir sind zwei. Bis zu 29 Skeffs in Dombsforsen. What the fuck? War hier noch einer? Ich habe zwei gehört. Ich glaube, das passt. Da oben kann einer drauf sein. Der kann gefährlich werden. Sieht gut aus. Au, au, au. Könnten Sie bitte... Nicht einfach hier... Sniper? Der lebt noch. Saftsack. Was geht denn ab? Leute, könnt ihr mal... einen kleinen Moment chillen? Auf dem linken Turm, ja. Ja, hier rechts von mir. Da könnten PMCs sein. Stimmt. Mittlerweile. Auf jeden Fall. Okay. Das war, glaube ich, eine PMC-Voiceline, ne? Oh, shit. 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 Ich gehe auf Nummer sicher. Im normalen PvP-Modus habe ich Tarkov gespielt, ja. Ich fand die Stimme von ihm gerade recht tief, also... Ich gehe einfach auf Nummer sicher. Jetzt ist hoffentlich hier auf der Brücke niemand oder so. Sieht gut aus. Ich höre Rechts-Steps. Einfach gnadenlos den Schuss verkackt. Könnten Sie bitte sterben? Danke. Das ist keine gute Idee, jetzt hier Magazine aufzufüllen, ne? Danke. Das war's für heute. Okay. Ich hör nix. Wo sind eigentlich meine Ausgänge? Habe ich noch gar nicht geguckt, ne? ZB 013, ZB 1011, alte Tankstelle. Okay. Also die Richtung passt hier. Ah, Moment. Hattet ihr ja nicht ne weiße Weste? Ne. Aber ich glaube keine schlechte Weste. Aber vielleicht einer von denen, die ich da erwischt hab. Die könnten ja ne weiße Weste haben. Die 3M. Sollte ich auf jeden Fall prüfen. Hier sieht im ersten Moment jetzt mal alles ruhig aus. Ähm... So ne 3M? Ne. Du? Auch nicht. Du? Auch nicht. Oh ja, und die 2 da auf der Straße, die prüfe ich jetzt nicht noch. Der hat keine. Und der auch nicht. Okay. Looten will ich die auf keinen Fall. Die hier rumliegen. Das ist sehr ungeschickt, hier oben entlang zu laufen, ne? Naja. Rein da. Erstmal gucken, ob hier nicht irgendwo noch einer rumgammelt. Weil den einen hatte ich ja nicht erwischt, der da vorhin gesprochen hat. Wo ist denn der hingerannt? Also im PvE-Modus bewegen sich die Scafs gefühlt auch ganz anders. Ich hab nicht das Gefühl, dass die immer auf dem Platz bleiben. Wie man's vom PvP gewohnt ist. Nice. So, ich glaube ich gucke nach der Tankstelle und laufe noch mal kurz im Labor vorbei. Im Drogenlabor. Und schau mal, ob ich da noch einen Saliva finde für Therapist. Kam ich nicht hier irgendwo rüber? Ja. Das geht doch. Was war das für ein Geräusch? Das klang wie ein Motor, der angeht. Das ist verrückt. Jetzt habe ich den Satz erst gelesen. Es gibt Scafbots, die Player Scafbots sind, die dich dann als Scaf wegballern. Das ist ja hart. Hallo? Niemand zu Hause? Doch. Zwei PMCs, die hier rumgammeln. Du glaubst es ja nicht. Und sich nicht bewegen. Schweinerei. Scafmain. Die geben dir den Befehl zu folgen und du machst mit. Geil. Das ist super. Klasse. Will ich deine ganze AK haben? What the fuck? Ein 60er Mac. Ich glaube, ich will nur die Aufsätze mitnehmen. Könne ich auch gerade die ganzen AK mitnehmen, ne? Nehmen wir sie mit. Nochmal ein 60er Mac. The fuck? Was ist das hier für Munition? Moment, das passt ja. Passen die Macs auch in die Waffe rein? Ja, geil. Das ist ja gigantisch gut. Ich habe hier irgendwo rechts von mir Steps. Ach, guck mal an. Muss ich gar nicht in... Muss ich gar nicht ins Drogenlabor. Nice. Volles 60er Mac. Und das geht ja mal sowas von klar. Was ist das für ein Helm? Ein Dreier. Ich glaube, der kann nichts. Uh. Wait. Okay, Moment. Okay. Jetzt wird ein bisschen gebastelt. Einen Moment. Nehme ich doch nicht alles mit hier von dem. So. Das könnte ich vielleicht brauchen. Aber dann kann ich hier das mal darunter tun. Und das kann alles hier rein. Dann packen wir dich da dazu. Jawohl. Wow. Was hier los ist? Also mit AKs bin ich dann erstmal versorgt, würde ich sagen. Und auch mit Heilung. Schneller wegwerfen mit X. Mag sein. Aber Leute, ich bin kein Profi, ne? Wer haltet das immer im Hinterkopf? USAC wegen dem Warnschuss. Es gibt einen Warnschuss? Ja, jetzt habe ich erstmal wieder genug Munition auch. Das ist doch geil. Und die sind wahrscheinlich auch alle voll. Kann ich hier nicht? Ne, das ist schon geprüft. Magazin prüfen hier. Töte die Rogues instant. Okay. Ähm. Ja. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich... Jetzt will ich raus. Und da lootet er direkt weiter. Sagte er und lootete weiter. Typisch Tarkov. Was habe ich gesagt brauche ich noch für den Hideout? Weiß ich nicht mehr. Kann ich eigentlich das nicht umstellen? Dachte auf Bild. Aber das ist... Das sind die... Irgendwo kann man das Visier umstellen. Weiß jetzt gerade nicht mehr wo. Achso, warte mal. Ich bin gar nicht voll geheilt. Machen wir das erst auch nochmal. Raiders und Scouts geben bei Yusek einen Warnschuss ab, bevor sie dich wegknallen. Ja, das ist geschickt. Ich habe einfach den... Keine Ahnung. Mir ist das... Ich habe da nie irgendwie eine Präferenz oder sonst irgendwas. Ich habe einfach irgendwas genommen. Ne Weile lang immer Yusek wegen den englischen Befehlen, die man geben kann. Früher im PvP. Okay, mittlerweile ist das ja eigentlich kein Thema mehr, weil man einfach den Voice-Chat benutzen kann. Jetzt ist hier auch eine Waffe drin oder was? Ne. Ja doch. MP18. Das ist glaube ich Schmutz. Ah, was habe ich denn nochmal gesagt? Ah, die Spritze. Die Einwegspritze. Perfekt. Oh mein Gott. Es wird immer besser. Was ist das hier für ein Raid? Ein 300.000er Scope habe ich anscheinend auch gefunden. Was ist hier los? Ich muss hier jetzt raus. Hoffentlich ist die Tankstelle offen. Ich habe noch 8 Minuten. Okay. Aufhören zu looten jetzt. Aufhören zu looten jetzt. Und vorsichtig sein. Ein bisschen Angst, dass oben noch einer drin steckt, den ich nicht bemerkt habe. Währenddem ich da mir die Taschen gefüllt habe. Das können nicht die Goons sein. Ja, ja, ja. Bitte nicht einfach so wegschießen jetzt. Danke. Okay. Das können nicht die Goons sein. Die sind auf einer anderen Map gerade, ne? Mach mal voll hier die Ausdauer, bevor ich jetzt hier weitermache. Wo ist er hin? Er stand doch gerade genau dort. Ah, da. Ey, nicht. Ey, nicht. Wurde ich ihn erwischt? Ne. What the fuck? Okay, keine Ahnung. Ich glaube, die Tankstelle war nicht offen, ne? ZB 011, ZB 13. Noch irgendwelche anderen Scaffs? Sieht nicht so aus. Lieber nochmal gucken. Da ist noch ein Salewa. Wie viel Zeug hier rumliegt. Nimm es. Wenn hier nur Bots sind, die nicht looten. Hier wurde halt hart geballert hier irgendwo vor mir. Die Frage wo ungefähr. Fünf Minuten. Steps vor mir. Ich muss zügig machen. Das heißt, ich laufe jetzt hier gemütlich weiter. Und muss, brauche erst mal drei Schuss für einen. Tankstelle. Tankstelle wird geballert. Das ist okay für mich. Alter, Harti, danke schön. Vielen Dank. Für den Sub. So. Mal kurz horchen. Und Ausdauer regenerieren. Was sagt denn eigentlich meine... Ja, Energie und Ding passt noch. Glaube ich habe rechts was gehört hinter der Wand. Drei Minuten 51. Holy. Was? Wo? Hä, wo ist er? Ach, oben. Oh mein Gott. Habe ich Glück gehabt. Hahaha. Aber hier hat noch einer irgendwo geredet. Weg hier. Einfach. Schnell hier rüber. Oh, hier sind auch überall Steps gerade. Ich muss schnell da rein. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Einfach kurz hier chillen. Ausdauer regenerieren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Nice, passt. Das war ein erfolgreicher Raid. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tschüss.